Willkommen beim Geltenden, guten Abend. Mit der milderen Temperatur im Frühling ziehen viele Leute wieder vermehrt in den Garten. Das ist oft ein Ort, wo man sich mit schönen Pflanzen und bequemen Garten- und Lounge-Möbeln als Oasen für die Freizeit und das Wochenende eingerichtet hat und wo man einiges an Geld und Arbeit rein investiert hat. Oft sind aber der schöne Garten, das Gartenhaus oder die Garage und der Vorplatz nur rudimentär versichert. Wer glaubt, dass die gesamte Umgebung des Hauses und alle Investitionen in den Garten mit der Gebäudeversicherung automatisch versichert sind, irrt sich. Wenn dann durch ein Sturm oder Hochwasser alles zerstört wird, sind die Schäden oft nicht gedeckt. Die Wiederherstellung eines Gartens und der Hausumgebung kann schnell hohe Summen verschlingen. Ich begrüsse jetzt Hans-Jürgen Freund, Generalagent Bitter-Helfe, EZIAS St. Gallen. In den meisten Kantonen ist ja eine Gebäudeversicherung vorgeschrieben. Was deckt die ab, nebst dem reinen Gebäude? Das reine Gebäude versichert alles, was fest verbunden ist mit den Gebäuden in der Regel auch. Und eben zum Beispiel noch Solaranlage auf dem Dach oder an der Wand, das ist bei der Gebäudeversicherung drin. Wie sind denn die schöne Garten- und allenfalls eben Gartenmöbel versichert? Gartenmöbel sind zum Beispiel über die Hausratversicherung gedeckt. Und da kann man sich so merken, alles, was ich mitnehmen würde, wenn ich zögeln würde, kommt in die Hausratversicherung. Und was in der Regel, was fest verbunden ist mit dem Gebäude, gehört zu der Gebäudeversicherung. Ich sage darum in der Regel, weil es gewisse Abgrenzungen gibt, aber so grossmehrheitlich stimmt es. Was fest verbunden ist, ist Gebäudeversicherung. Was beweglich ist, Fahrhaben, ist Hausrat. Schauen wir vielleicht eben genau die Einzelheit noch ein bisschen an. Was ist das mit der Garage und dem Garage-Vorplatz? Was gilt denn da, Punkt der Versicherungsdeckung? Da ist es wieder gleich, wenn die Garage ein Fundament hat, fest verbauen ist oder sogar am Gebäude hinangemacht, dann ist es über die Gebäudeversicherung gemacht. Wenn es aber mehr so ein Unterstand ist, den man selber gemacht hat mit Chitterbiegen und ein paar Blech drauf, dann ist es im Bereich der Hausratversicherung als Fahndnis gebaut, wo dann eben auch nichts bei der Gebäudeversicherung gedeckt ist. Besonders heikel wird es, wenn man viel Geld in seinen Garten gesteckt hat und sich auch noch ein Swimmingpool leistet. Hausbesitzer schenken der Versicherung von der Umgebung von ihrem Haus oft zu wenig Beachtung. Elementare Schäden am Haus und Einrichtungen sind über die Gebäude- und Hausratversicherung zwar gedeckt, Gartenanlagen oder bauliche Anlagen wie ein Swimmingpool sind darin aber nicht enthalten und müssen speziell versichert werden. Nur so Zusatzversicherungen übernehmen Kosten für die Wiederherstellung eines beschädigten Pools nach einem Sturm oder Erdrutsch oder beispielsweise von Fahnenstangen, die den Sturm umgelegt haben. Was braucht es für eine Zusatzversicherung, wenn man sich beispielsweise einen Swimmingpool leistet? Auch hier ist das Kriterium, dass der Swimmingpool fest verbaut ist mit dem Fundament am oder im Gebäude. Dann ist es tendenziell über Gebäudeversicherung und zusätzlich ist es in der Hausratversicherung, allenfalls in der Gebäudeumgebung, wo man es versichern müsste. Und auf jeden Fall mit dem Versicherungsberater oder der Versicherungsberaterin anschauen, wie das hier die Schnittstellen sind und dass sich auch beides versichert ist. Gerade beim Pool geht es dann noch weiter, dass auch eine technische Versicherung allenfalls Sinn machen würde, weil doch Anlagen dahinter stecken, die eine gewisse Sensibilität haben. Wenn man jetzt einen Schaden hat, wie soll man da vorgehen? Wichtig ist, so schnell wie möglich zu melden, weil die Versicherung bekommt dann auch die Chance, mit diesem Know-how, mit diesem Wissen die Schäden zu vermindern, zu verkleinern oder eben gute Tipps zu geben, wie man möglichst schnell das Problem wieder lösen kann. Dann ist es auch sehr ratsam, dass man Dokumente hat, was hat es gekostet, wen hat man es erstellt. Und so dokumentiert ist, dass man in einem Schadenfall immer gut sofort melden und den Dialog suchen. Die Gartenanlagen sind teuer. Was raten Sie zum Schutz vom Garten und der ganzen Umgebung des Hauses? Ich bin ja dort in Bezug auf Schäden mit Stürmen und so weiter. Ich würde schauen, was ich an baulichen Massnahmen treffen kann, also dass ich etwas so verankere, dass man es eben nicht mitnehmen kann. Oder ich selber. Bei mir ist es auch eine windige Lage, in der ich wohne. Dann habe ich Gartenmöbel, die winddurchlässig sind, die entsprechend ausprägt sind, nicht, die beim erstbesten Wind schon mitgehen. Auf solche Züge schaue ich. Dann aber eben auch auf Prävention, wenn ich weiss, dass jetzt etwas kommt, nur netter oder einen Sturm oder so die Sonnenstörre reinlassen, die Möbel zusammenbinden und so weiter. Danke vielmals für die Tipps, Hans-Jürg, Freund. In wenigen Tagen ist das erste Quartal schon vorbei. An der Börse hat sich die Anlegerstimmung deutlich abgehöhlt und die Kursschwankungen haben wegen der verschärften Geldpolitik durch die USA, die Ukraine-Krise und der steigenden Inflation und weiteren Risiken stark zugenommen. Wie soll man es in Sparbazen jetzt investieren? Was erwartet uns im zweiten Quartal an der Börse? Wo ergänzt sich gerade jetzt neue Chancen? Wir bringen Einschätzungen und konkrete Tipps. Einen Börsenausblick auf das zweite Quartal. Da in der Sendung Geld einen angenehmen Abend. Einen Börsenausblick.